Das Prototyp von unserer Kervider Kreativbrauerei war nicht nur unser erstes Bier, sondern auch das erste hopfengestopfte Lager Deutschlands und hat damit den Weg für einen eigenen Bierstil bereitet. Prototyp wird mit böhmischen Tennenmalz gebraut, das noch traditionell per Hand vermälzt wird. Zusätzlich werden dem Bier im Lagerkeller zwei Aromahopfen zugegeben, die ihm seine fruchtige Note verleihen. Der schlanke Körper und die moderate Bittere werden hier mit der Aromatik von Maracuja, Holunder und Litchi ergänzt. Dadurch vereint das Prototyp die Leichtigkeit eines Lagers mit der Fruchtigkeit eines Pale Ales. Das Prototyp passt perfekt zu gedünstetem Fisch und ist somit das perfekte Bier für den Tag am Wasser. Cheers, kehr wieder!